Ich wurde am 31. Juli 1935 als Friedrich Paul Honka in Leipzig geboren. Ich war das dritte von zehn Kindern, aber leider starben drei meiner Geschwister bei der Geburt. Meine Kindheit war sehr schwierig. Mein Vater wurde während des Zweiten Weltkriegs in ein KZ geschickt und auch ich war als Kind in einem Jugend-KZ inhaftiert. Zwischen 1970 und 1975 beging ich als Serienmörder grauenhafte Verbrechen. Ich tötete mindestens vier Frauen aus dem Rotlichtviertel Hamburgs und behielt drei der Leichen in meiner Wohnung. Meine Opfer wählte ich auf der Hamburger Reeperbahn aus, wo ich mich häufig aufhielt. Meine Geschichte wurde im deutschen Film Der goldene Handschuh verfilmt. Meine Verbrechen wurden schließlich entdeckt und ich zu 15 Jahren Haft verurteilt. Am 19. Oktober 1998 verstarb ich im Alter von 63 Jahren in Hamburg. Meine Lebensgeschichte ist von dunklen Abgründen und menschlichem Leid geprägt und ich werde für immer als einer der berüchtigsten Serienmörder Deutschlands in Erinnerung bleiben. 5 Jahren in Haft verbrechen 5 Jahre in August 7 Jahren in der alter resisting Eis........ 2 Jahre in Penn